Was wollen die Telons hier auf der Erde? Unsere Erfahrung hier vermittelt uns Kenntnisse. Die Companions haben in mein Gehirn ein Cybervirus implantiert. Sie haben ihren Kopf manipulieren lassen? Wir sind wie Schafe und ich traue den Schäfern nicht. Unser Überleben ist das einzige, was Bedeutung hat. Unsere Mission auf der Erde wird ihrem Kurs folgen bis zum Ende. Jetzt überall im Handel.